hallo meine lieben und herzlich willkommen zu dead by daylight heute wieder unterwegs als mc thomas immerhin jetzt prestige 3 muss man nutzen lohnt sich und außerdem habe ich ein tägliches ritual in dem ich generatoren reparieren muss ich hoffe der ladebildschirm ist es nicht so lang ich war optimistisch und habe einfach mal auf auf aufnehmen gedrückt und habe nicht so richtig bedacht dass der ladebildschirm jetzt auch theoretisch zwei minuten lang laden könnte aber es sieht nicht schlecht aus er ist schon bei 50 prozent jetzt geht es aber rasant weiter ich habe gerade vergessen das war so ein herz anhänger wo kommt man dahin ich glaube man kommt auf die form mit diesem herz anhänger also man kann ja versuchen zu beeinflussen auf welche map man kommt und ich denke dass dieser grüne herz anhänger den wir gesehen haben bei den opfergaben dass der für die für diese cold wind farm ist das zu hause von billy ja ich hatte recht so freunde ich muss jetzt leider warten aufhör mir auf es ist tatsächlich herr billy aka der hinterwäldler muss aber jetzt warten bis er den ersten erwischt hat ich habe nämlich brandneue teile dabei und die kann ich leider nicht wasten das ist bestimmt ruin guck mal er hat jemanden das kürzt jetzt mal Und jetzt schleiche ich ihn mal weg, weil er jetzt hundertprozentig hierher kommen wird. Bitte habt nicht Barbecue und Chili, dann bin ich jetzt ein bisschen gearscht. Uh, er hat gleich die nächste erwischt. Uh. Das ist ja schade. Warum nimmt er die nicht mit? Warum nimmt er die nicht mit? Ich höre den Herzschlag. Uh, uh, uh. Oh, oh. Aua. Aua. Das war jetzt gerade sehr unglücklich. Oh, hallo. So ein Mist. So ein Assi. Guckt euch das an. Scheiße. Scheiße. So ein mieser Penner. Oh. Häng ihn ab. Häng ihn ab. Alter, das ist... Häng ihn ab. Häng ihn ab. Alter, das ist ja super mies. Alter, was ist denn das für ein unsozialer, blöder Penner. Es tut mir leid, dass ich die ganze Schimpfwörter jetzt benutzt habe. Das ist ja richtig scheiße von dem. Ich würde ihm so gerne die Beine stellen, aber ich kann ihn. Und guck mal, ey. Ich bin nur noch ein Bitzelbitzelchen davon entfernt geheilt zu sein. Scheibenkleister. Ja, das sind so richtig... So richtig... Diverse Schimpfwörter. So richtig blöde Killer. So was Hinterhältiges und überhaupt nicht... Da fällt mir ehrlich gesagt nie viel zu ein. Komm zu mir. Ich muss nur noch zwei Millimeter geheilt werden. Der macht es echt gut mit dem Fliehen. Ich komme zu dir gekrabbelt. Hier, ich bin hier. Siehst du mich? Hallo? Hallo? So ein blöder Killer ist Prestige 3. Es ist unglaublich. Ich bin hier. Hallo? Hallo? Oh, ich würde dem so gerne die Beine stellen. Ich weiß aber auch leider nicht, wo die Bodenduke ist. Leck. Nein, zu früh. Zu früh. Oh, die ist verblutet. Ich glaube, ich bin noch nie in meinem Leben so lange weggelaufen, wie der das gerade macht. Oh nein, er hat ihn. Oh nein. Oh nein. So was Gemeines. Oh nein. Oh nein. Da fällt mir echt nichts zu ein. Jetzt hat er gewartet, ob der andere sich befreien kann. So ein dummes Stück Scheiße. Oh nein. Oh nein. Oh 난 so unten. Oh nein. Er hat Barbecue und Chili. Okay, wenn das mal nicht beschissen war. Okay, nach der Runde muss ich mich erstmal beruhigen. Ihr Lieben, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin.